Und right now bubble up and get caught in the game For Honor, der Open Beta Mit dem anderen Lukas von LukasNGP Hiyo So wir machen das erstmal, oh man ich muss das jedes mal auswählen, toll Erstmal ein 1 gegen 1, damit wir ja gucken können wie gut wir sind Wahrscheinlich werde ich jetzt voll abkacken, weil der Junge hat das schon Den ganzen Tag gesuchtet, yeah Ok, wen willst du, wen spielst du? Ich glaube ich spiel die Friedenshüterin Oder den Besterker Ich spiel nur Burschi Ja das ist doch die Spiele Oh alter, Fensteraufnahme ist keine gute Idee Der lag bei mir so hartes Spiel Ich hab 60 FPS Ja ich war jetzt im Sonnbaster Ich hab hier keine Ahnung, vielleicht 23, 24 Oh lot Ja ganz schön Nee nee nee, aber das ist kacke aus deiner Perspektive Ich mein niemand will sehen, wenn man einfach nur auf die Presse kriegt Hallo Oh, aber ja ok, wenn ich war drum lecker, dann ist geöffnet Also nehmen wir dann dein Das heißt die Zuschauer ist ja immer schon, weil... Hallo Oh mein Gott Das leckt Alter ok, warte kurz, warte kurz Warte kurz, bei mir ist die Maus nämlich da mitten im Bild Das ist voll akk Ja, okay. Alter, die Aufnahme hat ruiniert. Über diese Probleme hier. Wobei, ich glaube... Doch, warte mal. Hä? Warum tut es die Maus mit... Oh, Mann, ist doch völlig richtig. Komm mal, Lukas. Ha! Ach, 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 ach. Huiah! Alter, ich hab's nicht keine Aufnahme mehr. Was hab ich für den Scheiß? Ui! Puh. Ah, fuck, Alter. Okay, Moment. Ich hab keinen Aufnahme. Moment, Aufnahme... äh, tanken. So, jetzt. Oh, tsch! Oh, du hast geblocken, ey. Nein, 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 oh, Gott. Ja, Gott. Es war noch mal knapp zum Schluss. Ja, weil ich Scheiß mache, Alter. Ja, 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 ja. Ja, ja, ich freue mich. Ich muss kurz die Maus aus meinem OBS verbannen. Sieg, wie hieß es das nicht. Ich sehe nur ich das. Äh, Video. Oh, hier, komm, man! Hier, komm, man, sich geile Sachen machen, alter, sie muss sich einfach ... es ist nicht egal komm mal her komm mal her, tu mich locken und runter hauen, tu mich mal runter hauen äh ja mittlere Maustaste und dann nochmal mittlere Maustaste und jetzt spring drauf, spring auf mich drauf Loll keine Ahnung, ich wollte einfach, dass das voll geil aussieht okay das, aber das mieseste ist bei manchen Brücken so was zu machen, wenn so Brücke so an der Seite keine Mauer hat, du nimmst deine anderen und schmeißt ihn einfach runter sowas ist richtig nervig hallo erstmal vergiftet der Dachverfahren ah fuck alter okay, 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 das ja, weil ich mein, dein Charakter ist auch mega scheiße gegen meinen, weil meine hat einen fucking Stab und du hast Dolche was will man da schon machen ich glaube ich hätte den, den, die Übersacker rein nehmen sollen ja, die ist auch nicht so aber, aber, ich glaube, der hat am meisten Range, da kommt man halt richtig drauf, klar ich habe den halt auch hinkauft als erstes, weil ich dachte so Range ist halt aber der ist halt mega mies gegen Samurai oder so weil die halt auch immer die Range haben Alter, ich rufe halt jemand an, ich weiß, ich habe mich, ich komme nicht mal annähernd an dich ran mit meinen kleinen Bierchen oh, warte kurz, warte kurz, ich will mal, warte, warte, ich will Kombo, stell ich mal kurz da hin, ich will dich runterkicken ha, ah, den einen, oh fuck dann halt so Lukas, und oh, Meno, weil manche sieht es aus, wenn ich runterfallen lassen erstmal fünf Sterne geben ja, auf jeden Fall, ne, 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 da gebe ich nur ein Stern, das ist oh, okay, kann ich voll verstehen Mensch, was hast du für ein gammeliges Profilbild, ey, das geht doch nicht tja beleidigendes im Blau melden, alter ich melde dich erst mal ja, ich melde dich jetzt auch Grieving melden, ja, Cheating melden beleidigendes im Blau okay, kann man da irgendwie so'n 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 sollen wir zwei gegen, zwei machen gegen Bots ja, können wir machen äh äh dann spielt sich auf, gank glaub ich geil, ja, du bist auch aus der Gruppe rausgeflogen ach, toll das heißt, du weißt, dass ich rausgeflogen bin, bevor ich's überhaupt selber weiß alles klar ja, weil, und Standorf hat die Gruppe verlassen okay aber ich kann dich trotzdem noch melden alles gut haha, Ficker ähm, ja, gut äh, bereit ja, gut ich bin grad aufm Weg, also ich äh oh leut, schon ah nein kannst du ja mal die Champions angucken kannst du ja mal die Zuschauer die ganzen Champions zeigen ja, 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 ja ja, ja Moment, ich müsste hier ah, jetzt, jetzt bin ich hier raus ähm ja, es gibt hier wenn es laden ach so, hier es gibt hier aktuell gibt's hier von jeder Fraktion an jeweils drei von diesen Helden, sag ich mal und ich hab jetzt hier die schon gekauft und mir fehlen noch die beiden hier und die schaltet man dann mit diesen Münzen da frei die man dann kriegt die kriegt man ja dann durch diese Multiplayer-Spieler und sowas ja, und ähm wenn man jetzt hier zum Beispiel die Berserkerin mal ausrüstet und kann man sie anpassen kann hier die Arme anpassen also Schultern und du kannst ihr Geschlecht ändern ah, gut zu wissen von der Berserkerin ja, das kann ich von allem man kann's nur von ein paar ah, okay und man kann halt auch linkes Blatt okay ist einfach so eine riesen Axt da und es steht linkes Blatt äh, das ist ein guter Vergleich Geschäfte okay, also man kann auch die Waffen einzeln upgraden und die Rüstung upgraden und so weiter und so weiter ich hab dich eingeladen ja nochmal eins gegen eins? ne, das ist normal ist ja langweilig okay, aber normal ist gegen KI normal ist gegen KI, warum? weil Lukas, weil die KI dich auch fertig machen wird ja, ja die ist ohne Scheiß die KI ist mega gut in dem Spiel aber die könnte eigentlich auch so gut sein dass man gar nicht gewinnen kann weil das halt das ist gut das ist klingt auf jeden Fall ja, gut ich mein, die können jeden Angriff theoretisch gesehen blocken jeden oder ausweichen die weiß ja immer was man machen muss boah, ein riesen Ladebildschirm wo versus draufsteht ist schon krass FL Mensch, wieso hast du keinen Mann gemacht? ich hab mir bei den Wikingern alle zu schwarzen Männern gemacht ja, das gehört mich nicht ey, let's go ey, Lukas du musst LUKAS! WAS WARS DU? Ich war nicht mal da, Alter. Du musst deinen Typen angreifen, Mann. Nicht zulassen, dass der mich angreift. Ich war nicht mal da in meinem Range. Okay, das war wahrscheinlich das Problem. Okay, okay. Der Typ ist leicht zu dir gerannt. Ich war nicht mal in meinem Range. Dann sag's mir wenigstens nächstes Mal. Ja, okay. Versuch bei deinem dann einfach auf Zeit zu spielen. Loll, der rennt gleich wieder zu dir. Alter. Okay, okay, jetzt noch weiter. Oh, was geht? Okay, gut. Shit, Mann, ich war eh, ist doch schon etwas krass. Doch! Oh, fuck. Okay. Okay. Das war irgendwie stärker. Deswegen wollte ich eins gegen eins machen, Alter. Warum spielen wir nicht gegen richtige Spiele? Keine Ahnung, weil die noch besser sind. Ach, was? Das schaffen wir nicht. Okay, manche echten Spieler sind schon voll die Lappen. Ja, okay. Der rennt schon wieder zu dir, lol. Der hat's irgendwie auf dich abgesehen, okay. Ich hab' den Chill-Typ bekommen jetzt. Ja, ich hätt' gedacht, dass wir den spielen. Alter, forder. Was sind das für Typen? Okay, ich komm' gleich auf'n Weg. Und überleb' einfach. Ich bin gleich da. Ja, 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 ich hab' nichts anderes. Ey, wo rennt der jetzt nicht mit dir hin? Oh, ne, Achtung, der hat seinen Rage-Maus. Dann sind die immer mega stark. Ja, 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 ja. Achtung, raus ist so süß! Hä, was, hä, was sind das denn? Was explodiert der immer? Holy shit. Das sind fucking Fontänen-Wasser-Fontänen-Dinge. Ach so, lol, ja. Und du rennst einfach rein. Ich wollt' dir da vorhin reinhauen und du rennst jetzt einfach rein. Ich dachte, es werden so voll die friedlichen Fünschen oder sowas. Aber scheiße war's gut. Wenn er mir den überhaupt nicht zu dir rennt. Okay, ich bin willkommen zu dir. Lol, der hat mir grad nicht damage gemacht, ohne mich zu treffen. Okay, auf bei ihm. Mann! tack Mann! 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 Du kannst es auch mega viel, du kannst es auch die Sensitivität voll runter machen, musst du auch, weil sonst musst du deine Maus viel zu sehr bewegen, damit du da hinkommst. Ich will diesen Schritt hier machen. Jetzt muss man mega in die Luft werfen. Ich bin wieder unterwegs. Obwohl, da willst du einen Käpt'n. Ja, das ist doch relativ viel Käpt'n. Ich lass dich mal auf. Ach so, ach so, dann ab. Achtung, Wasser. Ich habe noch nicht immer einen Anhöheren Damage gemacht so groß. Boah, blocken! Ja, ich kann nicht blocken, man. Ach so, jetzt kommt's. Halte, dann bin ich getrüppt, um tot zu bleiben. Ja, ich habe mal etwas vor. Easy! Es war angeben. Jo, easy. Aber ich hab- Ich soll sagen, ich hab dich gearriert? Ich hab auch ein Kill, ja. Ich hab sechs Kills zu tragen. Ich bin der Supporter, ich bin der Supporter. Ja, ich find meine Kombos richtig hart, Alter. Bei deinem vor allem, du musst als Kombo rechte Maustaste in deine linke Maustaste drücken und du machst so einen richtig krassen Schlitzangriff. Ja, ja, ja. Weil dann machst du so irgendwie, du drehst dich viermal im Kreis und hackst dabei auf die Gegner ein. Und wenn die's verkacken zu countern, also zu blocken, sind sie halt am Arsch. Wir können auch 1x1 machen, dann kannst du so trainieren. Ja, nee, keine Ahnung. Generell ist mit den Kombos, Alter. Du musst eigentlich immer mit dem gleichen spielen, damit du den gut drauf hast. Ey, Lukas, warum hast du verlassen? Ah, nee, Quatsch. Ich bin auch da. Du sagst grad so aus, du bist grad verschwunden rechts. Deswegen... Ach so. Sowas gegen echtes Spieler. Versuch einfach nur deinen Typen lange hinzuhalten, okay? Ja, extra meinen Arschloch nur Buschi. Vor allem sau wenige spielen den, obwohl der voll OP ist und sein gilt. Also Lukas merken, rechte Maustaste und linke Maustaste, das schnellt aneinander. Jop. Geil, die sind beide Level 6 und nur Level 1. Ah, yay. Wow, bei Level 19 hast du alle Gaben eines Helden freigeschalten, ja geil. Runde 1. Runde 1. Ah, cool, ein Gegner hat schon gelebt, das heißt, du hast nicht gegen ein Bot. Ja, wir haben jetzt einen Bot. Also, wo du durch ein Bot ist jetzt, oh shit. Was Behinderte ist, wenn du gegen einen Spiels, der dann, wenn er wenig Leben hat, äh, verlässt und dann der Bot wieder mit Full Life reinkommt. Ich hab den anderen erst mal ins Wasser geworben. Schaffst du den oder was helfen? Hilfe warst du ganz praktisch. Ich darfst du den. Woll. Easy. Ha. Ach, du hast fast den Bergroller geflogen. Jaja, das kannst du nicht. Musste runtergestoßen werden. Achso. Runde 2. Also, wenn du kämpfst jetzt auf der Brücke, oder? Ja. Dann renn weg. Weil der andere kann sich dort da runterstoßen und das macht er vermutlich auch. Ja, ist der Roller gefallen. Ich hab ihn getötet. Als auf jetzt? Ja. Dann lass ich dich mal gegen den Bot hier kämpfen. Achso. Achso, ne dann. Ist ja... Ich komme. Ich tu ihn jetzt nur blocken. Hey, du machst ihn super fett. Ahja. Nice. Hi. Au. Au. Was? Okay, der nächste hat du verlassen. Ah, der andere hat auch geliebt. Okay. Also sind Spieler doch schlechter als Bots. Das sag ich doch. Wahrscheinlich, weil der Disrespect also runtergefallen ist schlimmer als... Äh. Ja. Oh, ich hab halt die Tasten gedrückt. Oh, scheiße. Der herrscht aus Spielzustand, ist okay. Was? Oh. Ja, keine Ahnung. Oh, ich spiele gegen zwei Bots hier. Geil. Ist ja voll die Abwicklung. What? Okay. Hängt das Spiel bei dir gerade auch? Ja, ja, ja. Oh, ein Fehler wurde aufgedreht. Oh, cool. Ja, geil. Mal sagen, Ubisoft Server sind halt einfach genial, ne? Ja, beta halt. Ja, rainbows sind sie genauso scheiße. Na, waren. Sind. Nein, waren. Sind immer noch nicht gut. Kommst du so rein? Jo. Mensch. Zeig, dann hast du da auch schon die Map gezeigt, wie die aussieht. Klingt so. Äh, Gruppenbeitritt fehlgeschlagen, oder? Komm mal. Ja, der Gruppenbeitritt fehlgeschlagen. Ja. Dann lad mich mal ein. Oder wir hören erstmal auf, weil wir haben schon 17 Minuten. Ja, bisschen geht noch. Eine Runde geht noch. Haha, eine geht noch. Jo. Ähm. 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 Dann bei Q und E musst du halt 2 gegen 2 sein. Ja, ja, ja. Handgemenge, okay, jetzt haben wir jetzt mal alles geklärt, gut, ja. 2 gegen 2 Handgemenge, okay. Lass mal beide Wikinger, ich nehm auch Wikinger, dann. Okay. Spielerlevel stinkt. Ja, 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 Wikinger hieß ja nicht. Ich sag mal, ich nehme mal den Plünderer, den fetten. Und sag mal, siehst du eigentlich, dass ich mich schwarz gemacht hab? Äh, warte. Naja, du bist halt so dunkel, aber man sieht natürlich deinen Helm nicht so, aber man sieht schon, dass du schwarz machst. Ja, aber meine Haut ist voll dunkel. Sieht man auf jeden Fall jetzt den Unterschied, oder? Ja. Ich bin voll die Weißhaut. Leute, du bist ja noch Level 1. Ich hab zwei Spielen. Ja. Runde 1. Ach, wieder die Map. Und du musst am Wasser kämpfen, also renn weg, weil der Charakter kann ich mega easy ins Wasser werfen. Ja, 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 wollte auch schon. Hallo. ibles Messenger. Okay. Oh fuck, alter. Ich kann den übertragen. Verschätzt. Oh man natürlich. Lika, kannst du nicht mal einmal effektiv sein? Ne. Ne. Hey, du Lappen. Oh, wie kann ich in den Wikinger kämpfen, wenn ich ihn wegficken? Ja, dann mal. So hab ich ihn ins Wasser gebaut. Ich will einfach... Es ist einfach so assi... Alter, ohne Spaß. Das kann ich gar nicht irgendwie. Soll mal nachgucken, wie das nutzen hält. Ja. Easy, Alter. Man kann dazu auch Tasten einstellen. Wozu? Zum Locken. Ja, aber eigentlich... Im Locken musst du ja nix machen. Nur in die richtige Richtung einstellen. Wow. Oh, Wack, Achtung, der kommt zu dir. Mein Typ kommt zu dir, Lukas. Ja. Ja. Oh, Shit, Mann. Gleiches Schlimmer-Sort. Boah, und der Faggit wird mich ins Wasser. Ja. Alter. Das ist erstmal beschwert, erstmal zu flamen, obwohl ich ihn auch ins Wasser geworfen hab. Ja. Runde 4. Vier. 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 Ah. 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 Ich komme! Oh, du machst ihn sogar fertig. Oh, geil. Jetzt macht er mich fertig. Ah, easy. Not even close. Holy God. Einfach mit einem Hits weggemacht, ey. Du hast gesagt, du zockst noch mit anderen zusammen, oder? Ja. Dann lass Vierer-Team noch. Und der Vierer-Team. Und der Vierer-Team. Oh, ich hab einen noch dazu. Ich bräuchte vielleicht noch einen dritten. Ah, okay. Oder noch einen vierten in dem Fall. Komm ran, Junge. Okay, der Typ ist es mir fast selber. Achtung, bitte. Oh, schöner. Oh, schöner. Oh, schöner. Oh, schöner. Ey, ich glaube, der hat einen Krampen-Attage-Modus, oder sowas. Also, ich hab keine Ausdauer. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Achtung, hilf mir. Ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Wieder eines, was dort. Oh, Mensch. Oh, lol, du hast die anderen besiegt. Nice. Okay, Achtung, geh weg von der Kante, geh nach rechts, geh nach rechts, geh nach rechts. Okay. Jetzt musst du ihn besiegen, komm. Achtung, weg, weg, du hast keine Ausdauer. Achtung, weg, weg, du hast keine Ausdauer. Blocke, weg. Oh, hoch, 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 hoch. Renn mal drauf gemacht, echt? Oho, fuck. Oh, okay. Ja gut, das war schon mal ein bisschen zu viel. Ah, was kannst du denn? Der eine hat mir noch richtig viel mitgegeben. Aber gut. Das ist mal ein richtiges Dingsbumsspiel. Nicht so ein Duell. Oh, okay. Das Capture die Dingsbums. Ja, aber dann erst nächstes Mal, oder? Ja, ja. Gut, also, ich würde dann sagen, dass wir erstmal für diese Folge genug haben. 24 Minuten, sollte reichen. Bis dahin erstmal, tschüss. Tschüss.